Ho 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 ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den gemischten, besser im Glas Adventskalender, der sich hier befindet. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Adventskalender, der 99,90 Euro kostet und einen Warenwert von 141,60 Euro haben soll. Das wird natürlich nachgerechnet. Wir haben dazu ein Tee- und Gewürzheftchen bekommen, wo leider nicht die Preise drinstehen, aber zu jedem Produkt, was hier pro Kläppchen drin ist, ein Gewürz, äh, ein Rezept drin enthalten ist. Und, ähm, ja, ich stelle diesen hier vor und ihr werdet auch nachher von mir noch den mit den reinen Tee-Geschichten sehen. Und, äh, ja, bei der lieben Nicole vom Kanal Schicki das Place seht ihr den kompletten Gewürz-Adventskalender. Schaut also gerne bei ihr vorbei und, äh, ja, genau, ne? Ich würde sagen, wir stellen das Schätzelein mal in den Hintergrund, weil der ist ganz schön schwer. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniert auch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Nein, ich stelle den nicht in den Hintergrund, weil dann fallen alle Kläppchen runter, weil der keine Zwischenebenen hat. Das ist sehr, sehr blöd. Ähm, was ich sagen wollte, wenn man zwei Adventskalender dort bestellt, bekommt man 20% Rabatt. So habe ich das nämlich gemacht, deswegen habe ich mir auch zwei bestellt, weil die mich halt auch interessiert haben. Und wir starten jetzt mal am 1. Dezember mit dem Tee Mary Mango. Das ist ein Früchtetee mit Mango und Zimt. 32 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, natürlich hätte ich mir vorstellen können, dass wir allerhand Teesorten hier mit Zimt drin enthalten haben werden. Feiere ich jetzt aber leider nicht ganz so sehr. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele Sorten mit Tee hier drin enthalten. Ne, mit Tee vor allem. Mit Zimt hier drin enthalten. Ich empfehle euch auch einfach den Adventskalender nicht hinzustellen, sondern hinzulegen. Da kann man den nämlich einfach von oben öffnen. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande, ne. Am 2. Dezember haben wir das Gewürz Tomate Mozi drin enthalten. Zum Verfeinern von Tomate Mozzarella. Das gefällt mir richtig gut. 30 Gramm sind hier drin. Ich esse öfters mal Tomate Mozzarella. Oder generell so Tomaten oder Mozzarella. Da kann es ja beides mit verfeinern. Ich finde, das Gewürz sieht sehr, sehr ansprechend aus. Und ich finde es auch irgendwie charmant, dass wir diese Gläschen haben. Da kannst du so direkt reingucken und man sieht, was man so bekommt. Das mag ich. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir was drin, was ich wahrscheinlich jetzt bald direkt zu mir nehmen werde. Weil ihr hört, ich bin ein bisschen erkältet. Das ist der Tee heiße Zitrone mit 25 Gramm. Und der sieht doch schon mal super lecker aus. Oh, das schön aufgießen. Dann so ein bisschen Honig mit dabei. Ich glaube, dann bin ich ruckzuck wieder fit. Hier haben wir die Nummer 4. Avocado, liebe. Ja, das ist jetzt etwas, wo ich tatsächlich auch mittlerweile sage, dass ich das toll finde. 49 Gramm sind hier drin enthalten. Denn ihr hattet mir unter diversen Gewürz-Adventskalendern immer wieder geschrieben, Claudi, du musst es unbedingt ausprobieren. Avocado-Gewürz, bestes Leben und so. Ich habe mir Avocados gekauft. Ich habe Avocado-Gewürz drauf gemacht. Und was soll ich sagen? Ich liebe es genauso. Einen Tag von Nikolaus bekommen wir heiße Blaubeere als Tee. Das finde ich super. Ein Früchte-Blaubeer-Tee mit 30 Gramm. Das ist etwas, was ich super gerne trinke. Ich mag gerne Früchte-Tee. Ja, ne? Ist übrigens auch haltbar bis zum 4.9.2026. Nikolaus darf super gerne was Besonderes sein. Mal gucken, was packt besser im Glas in den Adventskalender hinein. Ein Gewürz-Pommes-Liebe. Das ist perfekt. Ja, 61 Gramm sind hier drin. Ich glaube, darüber freuen sich viele, weil man es einfach auch viel verwenden kann, oder? Mal ganz ehrlich. Wer verwendet sowas nicht? Du kannst auch Pommes-Gewürz super über Bratkartoffeln machen. Du kannst es über Kartoffelbrei machen. Ist immer lecker. Am 7. Dezember haben wir Schoki Oats hier drin. Oh, Schoki-Kick für deine Haferflocken. 43 Gramm sind hier drin enthalten. Es sieht ein bisschen aus wie Kakaopulver, ne? Meins ist es jetzt nicht unbedingt, muss ich gestehen, weil ich nicht so gerne Schoki-Müsli esse. Das ist halt eher für meinen Freund. Und der ist nicht so der Porridge-Fan, ne? Deswegen wird es jetzt nicht unbedingt unser Favorit werden. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir ein Rührei-Talent drin enthalten. Zum Würzen deines Rühreis. Das finde ich auch schön. 25 Gramm können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Denn, ja, jetzt aktuell fordert Julius relativ häufig mal Eier an. Und dann kann man auch mal Rühreier machen und das da rein machen, ne? Das wird jetzt hauptsächlich ihr Schnittlauch beinhalten. Genau. Finde ich schön. Ja, also bislang waren eigentlich nur zwei Sachen mit dabei, die mich jetzt nicht ganz so vom Hocker gehauen haben. Mal sehen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Das ist wieder ein Tee Schlafmütze. Räubusch-Tee mit Baldrian und Lavendel. Den kann ich auch aktuell sehr gut gebrauchen. 19 Gramm sind hier drin. Ich bin zwar ein bisschen erkältet, aber ich kann aktuell nicht so gut schlafen. Und ich glaube, da kommt sowas ganz gut. In der Nummer 10 darf es auch mit einem Klassiker weitergehen. Das ist Alio-Eolio-Gewürz. Die Nummer, äh, da sind 45 Gramm drin enthalten. Und sowas ist echt schön, wenn man sich wirklich so Nudeln macht und ein bisschen, nur so ein bisschen Öl dran macht und dann dieses Gewürz mit dabei. Das reicht schon tatsächlich aus und dann hast du schon ordentlich Geschmack dran. Ich finde es schön. Mein Freund ist da nicht ganz so Fan von. Uh, die erste Schnapszahl, die Nummer 11, wird sicherlich einen Tee enthalten. Oh, heiße Waldbeere. Das mag ich auch. Ein Früchtetee mit Waldbeeren-Geschmack. Und wie cool ist es, dass man die Beeren auch so richtig sieht. 30 Gramm haben wir hier drin enthalten. Das sieht einmal so aus. Finde ich richtig schön gemacht. Doch, das mag ich. Halbzeit, die Nummer 12. Oh ja, Stullen-Crunch. Mega nice für den Crunch auf deinem Brot. Aber du hast tatsächlich hier auch noch ordentlich Gewürz mit am Start. 45 Gramm haben wir hier drin enthalten. Das finde ich richtig schön. Das gefällt mir. Das kann man definitiv gut gebrauchen. Doch, eine schöne erste Halbzeit. Das muss ich wirklich sagen, ne? Gucken wir mal, was der 13. Dezember uns jetzt kredenzt. Das ist ein heißen Pfirsich. Ein Tee. Oh, okay. Das ist was für meinen Freund. Der mag sowas. 25 Gramm sind hier drin enthalten. Ich glaube, ja, das wird ein Tee sein, den man auch gut kalt trinken kann. Also quasi aufkochen, aufbrühen, wie auch immer, erkalten lassen. Und dann schmeckt er, glaube ich, auch echt lecker so nach Eistee. Gesunder Eistee. Ja, das ist ja auch Eistee, ne? Erst aufgekocht, dann wird er abgekühlt. Wow. Am 14. Dezember haben wir Feta-Liebe hier drin. Das ist ein bisschen spezieller, ne? Weil nicht jeder auch oft Feta da hat. Wir haben, glaube ich, aktuell sogar Feta da. Und hier sind 45 Gramm drin enthalten. Finde ich auch ganz lecker. Kann man auch super verwenden, wenn man Feta zum Beispiel auf dem Grill macht oder im Ofen. Dann kann man den Feta einfach so in Alufolie packen. Macht sich das Gewürz da mit drauf. Vielleicht, wenn man möchte, ein bisschen Öl. Muss aber eigentlich nicht. Alufolie zumachen in den Ofen. Und ich glaube, das schmeckt dann richtig lecker. Mary Zimt am 15. Dezember. Das ist Weihnachtstee mit Zimt und Apfel. 28 Gramm. Das wird so ein bisschen nach Bratapfel schmecken. Es passt definitiv in den Adventskalender. Ist aber nicht ganz so nach unserem Geschmack. Zum 16. Dezember gibt es Gewürz Zitruszauber. Perfekt für Fisch und helles Fleisch. Oh, das ist schön. 53 Gramm sind hier drin. Und da wir auch öfters mal so Fisch auch essen oder auch grillen, ist das wirklich gut geeignet für uns. Schön. Eine Woche vor Heiligabend gibt es den Wachmacher-Tee. Ein Grüntee mit Guarana und Matcha. Nur 16 Gramm sind hier drin. Das ist nicht ganz unser Ding, weil wir morgens wirklich eher so die Kaffeetrinker sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel meine Stiefschwiegermama in Spee das mega feiern würde. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember habe ich das Gewürzpastatalent. Pasta wie bei Nonna. Ja, da sind 40 Gramm drin enthalten. Und das kann man dann auch gut verwenden, wenn man zum Beispiel selber eine Tomatensauce macht oder so, um das Ganze nochmal aufzupeppen. Und für Rezepte haben wir das Büchlein. Der 19. Dezember enthält einen Tee und zwar den Orange-Minze. Minz-Orangen-Tee. Witzig. Er ist so rum, da ist so rum. Da sind 23 Gramm drin enthalten. Wenn man einfach keinen Bock mehr hat, wenn man krank ist auf Pfefferminztee, dass man einfach mal so ein bisschen was anderes hat. Nämlich die Orange ist es, glaube ich, wirklich eine ganz gute Alternative. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Am 20. Dezember habe ich das Bratkartoffel-Crunch-Gewürz für die besten Bratkartoffeln hier drin. Das wird mein Freund mir direkt aus den Händen reißen, glaube ich. 56 Gramm sind hier drin. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man so ein Kartoffelpüree macht und das da mit reingibt, dass das auch nochmal richtig geil schmecken kann. Weil das halt ja auch so Zwiebeln und Röstzwiebeln und sowas mit drin hat. Das finde ich richtig cool. Mega. Am 21. Dezember gibt es den Tee Mary Berry. Mary Berry ist klar. Das geht jetzt Richtung Heiligabend. Fruchtiger Weihnachtstee mit Vanille. Vanille finde ich aber gut, muss ich sagen. Da ist nicht irgendwie Zimt oder sowas mit dabei. Nö, ich glaube, das kann was werden. Hört sich lecker an tatsächlich. Schön. Ja. 35 Gramm habe ich in diesem Gläschen drin. Und das ist ein Tee, über den ich mich auch sehr freue. Schön. Am 22. Dezember habe ich hier ein Gewürz für Geschnetzeltes. Auch das ist eher was Spezielleres, weil wir machen jetzt nicht so super häufig Geschnetzeltes, aber meine Mama hat das damals sehr häufig gemacht. Für deine rustikale Rahmsoße, da sind 47 Gramm drin und ich denke mal, dass ich ihr das in den Adventskalender reinpacken werde. Ich habe zwar auch für alle meine Eltern und Schwiegereltern und wie auch immer alle drumherum den 24 Gute Taten Adventskalender gekauft und den auch schon geschenkt, aber die kriegen alle auch nochmal so materielle Adventskalender halt von mir. Und dafür dann halt keine Weihnachtsgeschenke. Das finde ich eigentlich immer ganz praktisch, ne? Jo, genau. Jetzt kommen wir auch zum Tag vor Heiligabend, den 23. Dezember. Da haben wir Birnezimt drin enthalten. Ein Birnentee mit Zimt. Hm, 31 Gramm. Mein Freund mag ja eigentlich schon ganz gerne Birensaft oder Dinge, die mit Birne sind. Aber ich glaube, Birnezimt wäre auch für den ein bisschen zu krass. Aber es passt halt zum Weihnachtsthema, ne? Klar. Heiligabend. Da haben wir ein Gewürz jetzt drin. Hier wäre es ganz cool, wenn die das irgendwie Richtung Heiligabend auch so machen würden, dass du das irgendwie so ein Bratengewürz oder sowas hast. Erstmal muss ich die 24 finden. Nee. Ach, crazy. Das ist Pizzaliebe. Aha. Italienisches Pizzagewürz. Mhm. 27 Gramm. Natürlich kann man auch sowas sehr schön universell weiterverwenden, dass wenn du zum Beispiel Raclette machst oder so, dass man das dann auch nochmal verwenden kann. Vielleicht denken die eher daran. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist es jetzt leider kein weihnachtliches Produkt, aber ein Produkt, was ich cool finde. Also Fazit-technisch, ne? Ich habe vier Tees hier drin gefunden, die ich nicht ganz so geil finde. Und ich habe ein Gewürz hier drin gefunden, was ich nicht ganz so geil finde. Alle anderen finde ich sehr, sehr interessant und sehr lecker. Also spricht mich sehr an. Ein schöner Adventskalender. Ich vergleiche den halt für mich auch natürlich mit dem von Just Spices, weil die liegen ja preistechnisch schon relativ gleich auf. Und doch, der hat auf jeden Fall sehr gute Qualitäten. Denn hier mag ich gerne auch den Mix aus Tee und Gewürzen, sodass man da auch so ein bisschen mehr Abwechslung bekommt. Und ich glaube, dass das ein schöner Adventskalender für jemanden ist, der gerne Tee trinkt und gleichzeitig halt auch gerne kocht, ne? Da ist der echt gut aufgehoben. Wie gesagt, meine Empfehlung, den halt liegend aufzubewahren und dann von oben zu öffnen. Ansonsten fällt es dir halt immer wieder runter. Das finde ich ein bisschen schade, aber trotzdem. Der Inhalt gefällt mir richtig gut. Und schreibt mir gerne auch mal deine Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!